«Finanzdance», der AKB-Podcast rund um Geld, Glück und Zukunft. Von und mit Andrin Willi. Und bei mir zu Gast ist auch diesmal wieder die Finanzplanerin Laura Meliger. Sie arbeitet bei der AKB und kennt sich mit den Themen rund um die Vorsorge bestens aus. Schon in der letzten Folge haben wir über die Pensionskassen und über den Unterschied zu der AV geredet. Hier hängen wir jetzt gerade wieder ein. Und zwar interessiert es mich, wie eigentlich die Beiträge berechnet werden, die ich in die Pensionskassen einzahle. Die Beitragshöhe richtet sich einerseits nach dem versicherten Lohn in der Pensionskasse und andererseits nach den definierten Risiko- und Sparbeiträgen. Es gibt gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbeiträge, die jeder Arbeitgeber und Arbeitnehmer je hälftig zu leisten haben. Der Arbeitgeber kann die Beiträge aber freiwillig erhöhen und er kann auch einen grösseren Anteil als 50% davon übernehmen. Und ich als Arbeitnehmer könnte ich jetzt auch einfach mehr einzahlen? Ja, was ebenfalls möglich ist, je nach Ausgestaltung der Pensionskassenlösung, ist, dass ich als Arbeitnehmer freiwillig in einen höheren Sparplan wechsle und damit freiwillige, höhere Beiträge leisten. Mein kleiner Tipp ist, klärt beim Arbeitgeber oder bei der Pensionskasse ab, ob es verschiedene Sparpläne gibt und ob ihr freiwillig in einen höheren Sparplan wechseln könnt. So könnt ihr steuerbegünstigt sparen, sofern ihr das Geld nicht jetzt für alltägliche Ausgaben braucht. Laura, ist es auch da so, dass ich, falls jetzt eine Lücke entsteht, ich also einen Unterbruch habe, ich die Lücke zu einem späteren Zeitpunkt ausgleichen kann? Ja, und zwar mit freiwilligen Einkäufen in die Pensionskasse. Die Einzahlungen sind steuerbegünstigt und führen in der Regel auch zu höheren Altersleistungen. Die Einzahlungen sind dann aber in der Pensionskasse und können in Form von einer höheren Rente oder als Kapital erst bei der Pensionierung wieder ausgezahlt werden. Es gibt aber gewisse Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Wer beispielsweise für die Finanzierung eines Eigenheims bereits heute Geld aus der Pensionskasse herausgenommen hat, muss zuerst die Lücke ausgleichen, bevor er diese steuerbegünstigte Einkäufe machen kann. Ausserdem dürfen auch ausserhalb der Pensionskasse keine Freizügigkeitskanten vorhanden sein. Diese müssen nämlich von der Lücke abgezogen werden und grundsätzlich auch in die Pensionskasse eingebracht werden. In den letzten drei Jahren der Pensionierung ist ebenfalls Vorsicht geboten mit freiwilligen Einzahlungen, weil diese können später nur noch in Form von einer höheren Rente ausgezahlt werden. Vielen Dank, Laura Meliger, für deine wie immer klaren und präzisen Ausführungen rund um die Pensionskasse. Manchmal lohnt es sich auch, das Thema mit einem Spezialisten, mit einer Spezialistin, wie du es bist, direkt zu besprechen. Die Türen der AKB stehen in jedem Fall offen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Laura und ich sagen dir tschüss und danke fürs Reinhören.